Mönchel und der alt wo es mir melden uns wieder trug zum neuen Sonnenlein Episode 4 Leicester Bigfoot Feindler in der letzten Episode Rösenwesen ja in der letzten Episode ist einmal ja ich soll muss sagen über die Ländliche Rechte hinterfällt abknackt ja so glaube ich kann es bezeichnen so Hebercatch, eine Knarre so Amalition, Kameras gleich voll ausrüsten das mal legen wir um das Viech das mal mach ich Schnitzel aus ihm Schnitzel Schnitzel Ey, ich setz schon mal Kameras, gell Passt gut Mach ja Ich setz dich hinterm Wohnwagen Achso, nein, ich bin grad hinter du bist denn du du bist du Hallo Na da hinten, warte oma Gott, dann lege ich da mal voll aus nochmal, dann kommt mal der Wix nicht, ey Diese Fauch, Achtung, da liegt jetzt eine volle, gell Na da hinten Gernetfalle Ich geh mir gleich einen Hirsch suchen und geh noch schießen Hallo, sagst du Hallo, sagst du Okay Direkt davor, der Sausbender Es ist wieder einmal hinter der Felsen Okay Okay, Kamera 1 Ich lege weiter vorne bei der Wegabellung auch noch einen Ich sag grad auf einem verdammten Hirsch Lass ihn die an Irgendwie lag das grad ein bisschen bei mir Scheiße ein kann, Tracking Bullets Ja, die hab ich immer schon holt Die bin schon voll ausgestattet Da bei der Wegkreuzung der Kamera hin Ja Ja Das wird irgendwo so ein blöder Hirsch wenn wir sein Ah, da vorne wieder, ja Weg da, hast du noch Falle? Hier vorne noch Ja, dann leg dich auch da vorne bei der Weggabellung hin Mit am Fleischstickern Bei der Kamera? Ja Ja Wann ist ja eigentlich der Kamera ab hier? Krass Nee, das gibt's doch jetzt nicht Alter Vielleicht ist das auch grad so bei dir? Na Weil der Joghurt von mir hier rückt gleich Ehrlich? Frau Hüsch Ich geh ein bisschen Geht da passt schon die ganze Zeit um, aber ich sehe nur zum verdammten Hirsch Bin schon vonm Sumpf Ohi, das lag grad bei mir hey Da, ich hab'n Hirsch! Ah scheiße, er läuft weg! Ich zieh ihn doch mal an! Ey, da bin ich schon bei Kamera 4 hin! Loll, ich renne überm Baum, übers Wasser! Und die geh' irgendwie trotzdem durchs Wasser! Alter! Weil ich has das! Alter! Nein, nein! Ich stell' vorne wieder bei der Bucke ein Kamera auch, gell? Ich seh' nirgends auch nur einen Hirsch! Ey, das gibt's doch nicht, wo sein denn der Video? Da gehst du effizient auf Hirschjagd und da ist keiner rumma! Ey, da gehst du effizient auf Hirschjagd und da ist keiner rumma! Ich bin schon fast wieder beim Lager und ich hab' dir keinen Anziehenden hübsch gesehen! Ich renne's wieder zurück! Ich bin genau beim Hübsch! Ich hab' dir die Leiche nicht gefunden für den Mann tippen! Ja, das ist ein random! Ähm... Wenn wir gestern auch nicht im... Beim Kaya gefunden nachher keinen mehr gefunden! Ey, ich glaub' ich spinn! Das gibt's doch nicht, oder? Ich bin schon fast beim Gate da, ey! Wie steht denn die Sonne? Ich bin grad beim Laufsinn g'si grad nix! Fuck, Alter! Das war schon nicht auch ein einziger, gell? Ich stelle dir gleich beim Hirscher Fall aus. Nee, nicht auch ein einziger Hirschum! Wer ist denn das? Leck ist es Folie Rufblatt reinkommt jetzt werden sie mehr noch vorlaufen ohne fleisch erläft eine Falle die Versuchen nicht zu finden Aber ich finde keinen. Äh, ich wollte so lange zurückkommen, gell? Ja, ich habe alles im Griff, aber ich finde gerade echt keinen Hirsch. Es wird dunkel. Ja, ja, ja. Okay, überredet. Oh, das waren Hirsche jetzt gerade. Fischkamera. Bin gleich da, gell? Ich glaube, ich muss die Grafik so bis lau gesetzen. Ich habe gerade irgendwie voll die Ruck, die ganze Zeit vom Miniruck da rein. Bist du schon da rein, oder? Ja. Hast du alles cold von draußen, was du brauchst? Nein, du hast keine Signalforkel. Woll? Schon. Hey, da liegt noch ein Tracking Bullet. Ich bin nicht. Aber du hast keine Signalforkel genommen. Woll habe ich. Nein, die Patronen selber, da liegen noch viel zu viele. Eh, da das laggt gerade, den muss man ein bisschen die Grafik so besetzen. He, das ist aber ein Türzeug, was? Ha? Die Türzeug macht. Ja, passt. Den muss man alles ein bisschen von Maximum auf Heuer setzen. Das kann es nicht sein, hä. es ist sein jetzt nicht so schlimmer ruckler aber das spiel beginnt wo ist der tipp ich sehe die Kamera hallo servus Kamera 2 ich muss kurz schauen wie gut du die Kameras platziert hast Kamera 3 ich sehe die Kamera 3 platziert man bei Kamera 3 hat er direkt davor voll naja der hast du platziert Kamera 4 Weggabelung hast du nicht da eine volle Härte bei Kamera 4 ja wer auf dem Weg wie jetzt blind da ist ein Hülsch ja genau jetzt hier in Hülsch Kamera 5 Kamera 6 7 und 8 mal in den Städt D ich muss vor lauter Angst schon pissen da reingeschalten Dix damit ich mit der Nachtsicht die auch nicht sehe gell ja ja s 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 ja wie bei dem letzten Mal direkt auf dem Zuhause mein Gott er kommt direkt auf und zu unterschaltet die ausmeldung wieder auswendig ist so gut geht er nur geht es doch nicht die Warterei immer die Brinkium die Brinkler eines Tages um die Sieg von Kamera 3 aus unserem Wohnraum und auch kommen und die Götzlüsse nahe ich zum Namen am Ding was das ist die von Kamera 3 aus unserem Wohnwagen mit wer hat sich nicht weil der Schilder Felsen zu vor dem Schäden intelligent ja es sich schon mit wenn man gestehen die Gelder passiert hat aber auch vor ja super erst einmal nach oben eine Aktivität im Bravo-Rektor ja bei uns ist auch nicht da vorne und draußen ist ja dunkel nicht ja in echt sowieso wenn du da unten links auf die Zeit schaust bei der Kamera da ist es 20 und 47 20 47 20 oder 47 ja der zog die Echtzeit an ja ich wuss so mal mit da na sporter du musst aber ein bisschen Batterie sporen ok irgendwie ich das bei mir verstellt weil mich irgendwie nicht noch zu sehen Walter der Hälfte das finde man sei draußen schnappt das kann schnell machen ihr weiß im Blick das machen wir sowieso nicht das machen wir sowieso nicht das machen wir sowieso nicht das ist ein bisschen auch totes war es gleich da ist er Kamera 6 Bravo-Rektor er ist gerade über die Brücken gegangen aber er ist beim Fluss er geht durch den Fluss ok er kommt durch den Fluss zu uns her ich sehe ihn ich sehe ihn schau dich um auf Kamera 4 zu mir zu mir ran Kamera 4 ist ja naa noch nicht er ist gerade durch den Fluss bei Kamera 6 soll man auch gleich jagen naa das ist die erste Nacht bist du irre ja nachher jagen noch keine Tracking-Bullets eine das geht eh eh über Nacht du bist du eigentlich drüben wenn du schon die nächste Falle kohls hast hast du da schon die komplette Munition mitgenommen weil er seine zwei Päckchen oh na hast du eigentlich eins mitgenommen ja das beim Turm oben oder das im das beim Turm ok na scheiße wo ist er alter das ist das Gefühl dass der Wichser jeden Moment von hinten angreift ich bin ja nicht nur ich fühle mich reißen dass ich mich jetzt schon mal da oben nackt hat 3 still Konzentration 1 unterwegs wo ist er aber was wollen wir noch Kamera hinstellen am nächsten Tag bei seiner Höhle bei seiner verfluchten Höhle bei seiner verfluchten Höhle die sind die sind das was mich grad beunruhigt ja wir haben vorher auf einer Kamera gesehen So dann war er weg. Scheiße, wenn er 5% hände. Scheiß auf das. Da hat er draussen noch kein Handy. Ja, schlecht vorbereitet ist. Wo ist er gerade ein Lecker? Das passiert nichts. Wo ist er? Wo ist er? Ich glaube, der mag halt nicht. Bei der Puppen tut sich aber nichts. Bei Weggabelung auch nichts. Fallen sind auch nicht ausgelöst. Aber wir hätten oben beim Sumpfen noch nicht aufstellen sollen. Ich hab nur eine Falle. Nein, Kamera. Ja, hab ich auch noch ohne. Du auch noch ohne. Ohne stellen wir bei seiner Höhle auf und noch ohne beim Dumpf. Wo ist er? Komm her, du Fellfetzen. Ich wär immer nur dafür, dass wir so ein fettes Mg einfach hatten. Weil der lacht auf die Zoo und der ist tot. Das ist nichts mehr, nicht bewusstlos. Ja, ich sag ja, der Dipsen da ist dann echt schlecht vorbereitet. Die Gebietfrucht, die hier haben wenigstens ein scheiß Stromgewehr dabei. Ja. Manchmal dem Typen bringt ein Elektroschocker was? Hm, keine Ahnung. Na, der hat ein ziemlich dickes Fell. Bären Spray. Pufferspray für Bären. Das könnte doch funktionieren. Töne, lacht mich so, lass ich essen. Na. Wieso denn? Weil damit kannst du vertreiben, ist das nicht aufgefallen gestern. Ach so. Dass ich mich eben ohne über den Pelz gebraten hab. Ja, der ist ja von mir weggelaufen. Aber er ist auch noch in Kraft Halle eingegrennt. Hat er schon Leben verloren. Hä? Er ist in Kraft Halle eingegrennt. Ja. So was hast du Angst? Das wäre, wenn ich in dem Moment, wo ich aus dem Fenster ausschöp, bei der Tür nicht so die Tür auch reißt und mich rauszieht. Nein, 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 nein. Und dort knackt. Bei der Kamera 4 ist ein Hirsch unterwegs. Das heißt, da ist er mal nicht. Ich wette, in dem 2. Gebiet, was kommt, ne, im Schneegebiet, der jagt sicher ein Yeti. Ja, sicher, flicks. Juhu, Yeti! Yeti! Fragt er dich nach auch, was mit deinem Eis ist? Und was ist es mit dem Eis? Ist Zitrone. Der mag echt nicht. Jetzt schon blöd aus der Wäsch. Jetzt ist Eis fertig. Open window. Nein. Lass den Blätzchen das zu. Scheiße. Close window. Bleib ja weg von der Falle, du blöde Hirsch. Ja, ich meine, hat man, hat man gefundenes Fressen, ne. Da müssen wir keiner schießen. Ja. Wo ist der? Ich weiß, vielleicht packst du fest. Naja, das ist vorher bei Kamera 6. Das steht ja gestern normalerweise über die Brücken. Aber er ist, äh, von... Canyon-seitig ist, äh, durch den Fluss gegangen. Und dann ist er zwischen die Wärme verschwunden. Seitdem habe ich nicht mehr gesehen. Ich kann in den Kameras kaufen viel zu Wärmebild haben. Ich hab mir generell keine Wärmebildkameras. Na. Ein blöde Nachtsichtgeräte, das ist... Schlecht vorbereitet. Ja, voll, äh. Sagen wir ja. S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s verdient zu sterben. Irgendwie schon. Ja. Und irgendwie hat sich meine Hand durch mit meiner Haut verbunden. Ui. Zu viel Schweiß. Alter. Boa, ich hab doch die... Schreie zu diesem Mikrofon erschrecken die Europäer Blitzwein ausmachen Scheiße sichern mehr wurde die zu Borsche ist ein Bock auf und schnitzel wo Kameralex wo ist der Hodenfelsagmantel? das ist nix nirgends Alter wir haben 6 verdammte Kameras aufgestellt und die Kana ist ja zu sehen really? Schlaggeil hat er grad in die andere Richtung immer du man strüben beim Canyon ja ja weiss jetzt erst auf das ist halt nun mal gegangen aaaaaaah hat überall die Würsch haben bekommen aaaaaaah naja das war noch heftiger Zombie Bigfoot ich glaub da hat man echt schon so ne verfickten Sturmgewehren ich mein da hat es auch schon viel aus wie ein Zombie nirgends einfach nirgends es regnet ist nacht bei welchen fallen hast du eigentlich überall Fleisch dazu getan? bei allen bis jetzt bis auf die vorne draußen ja da braucht es ja keine naa da lacht er sowieso da direkt auf uns zu aber er geht ja nicht mal auf irgendeiner Falle zu wo Fleisch drin ist, oder? wo bist du? vielleicht schillt er grad in seiner Höhle und schillt sich vor neu oder er racht grad gechillt einen Joint er racht grad gechillt einen Joint er racht grad gechillt so ein so ein Hirschkopf steh so ein Horn ne du kannst schon alles rachen Heizdog ne das ist zwar nicht unbedingt alles zu empfehlen aber du kannst alles rachen dieser Löwenzahn das ist auch noch ne andere Form von Gras oder Salat oder Baum von mir aus rachschauen Kondom ist mir das alles egal ne ach das wird nicht okay ach das ist ja allein Latex ey echt nirgends hab's doch ne Uhu hey was? ich glaub das wird schon langsam wieder hell na wenn ich da mit der Kamera nach oben schaue, sehe ich noch Sterne halt das Maul blühe Uhu hey alter wo läuft denn der durch die Gegend? punkti punkti strichti strichti fertig ist das scheiss mod gesichtig ja aber langsam geht der Mond runter oh ja grad da ist der Auto steht oder was ich an der Pflanze alter der steht nicht einfach die Nacht der rennt ich würde sagen er kommt direkt auf uns zu K Falle einfach gar nichts einfach tote Hosen nach sonst in jedem Spiel in jeder Episode hat er bis jetzt die erste Nacht voll angriffen ne mindestens zweimal Null Null nicht einmal auf der Falle geht er zum frischen Fleisch vielleicht ist er durch den Börd gepackt 5 Leben sofort auf 0 aber vielleicht vielleicht fliegt ihr gerade schon 1 gespielt sonst stockt er uns hey wie so ein irrer kann es sein dass die k.i lernt wir haben ein neues spiel angefangen aber dass er das irgendwie speichert nee das wäre gar heftig ich glaube der hat sich wirklich in seine höhle zurück gezogen und sich dann eine bonk sieht die sonne auf langsam geht die sonne auf so lange ich noch sterne sieht gehen nicht aussehen einfach nix nirgends der fett potzen ich habe einfach nirgends ich glaube wir haben es gesehen glaube ich ich habe Bewegung gesehen schnell oder langsam schnell das ist die frage aber der kamera 6 nix kamera 5 also der tag nix kamera 4 nix ja ich sehe die sonne aufgehen hört mich noch besser da kann man also bei der Brucken drüben ist er nicht ok hat er nachher gerade ein Hilsch gechillt durch die Gegend und so lang die chillen ist er nicht in ihrer Nähe ne einfach tote Hose aber kann fallen kann kann auch mal kurz zu sehen wie er durch den fluss gegangen ist und das war's ja jetzt ist Tag Kamera 6 nix 5 keine Aktivitäten 4 nix 3 nix 2 nix und bei uns auch nix war eine ruhige nacht ja sagen wir rein ja so wir del